Hi zusammen! Wurde mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Ich habe ja auch eine große Tasche stehen. Wir fangen damit gleich an. Ich bin heute ein bisschen müde. Es ist Samstag, ziemlich später Nachmittag, ist schon fast Ambrotszeit. Mein Bauch sagt auch schon wieder, wir können gleich mal was essen. Bevor ich damit anfange, wollte ich noch mal Danke sagen für die Kommentare unter dem letzten Video und für die Sachen, die ich noch bei Instagram bekommen habe. Schön, dass ihr da seid. Das ist auf jeden Fall nicht einseitig. So, womit fangen wir denn jetzt mal an. Ich greife einfach von oben raus. Sieht super gut aus. Ich habe einmal das One Ginger Morning. Mildes Schmirgel, Duschwunder für seigenglade Haut. Roll weg, was Streichler stört. Zwei bis drei bis sieben Mal in der Woche, bla bla bla. Der Geruch ist natürlich unschlagbar, also wenn man One Ginger Morning mag. Ich fand die Peeling-Wirkung so lala, also ich konnte das fast als normales Duschgel benutzen. Ich glaube, ich kaufe das nicht noch mal. Also nicht als Peeling auf jeden Fall. Ich fand es ganz nett, weil ich den Geruch in einer kleineren Packung bekommen habe. Das fand ich ganz gut. Aber sonst, ich glaube, so ohne weiteres werde ich das nicht nachkaufen. Dann sind diese Tücher. Die sind, glaube ich, im letzten Video leer gegangen, wo ich so stundenlang mich voll gemalt habe. Ja, die sind leer gegangen. War ja auch in der LE. Die haben ihren Job gemacht. Jules, die haben wirklich ein bisschen komisch gerochen. Du hattest vollkommen recht. Also nicht auffällig, aber so ein bisschen wie so eine unparfümierte, wisst ihr, wie unparfümierte Bodylotions riechen? So ein bisschen, ich weiß nicht. Also nicht so super gut, auf jeden Fall. ging so. Für Swatches war es völlig okay. Für Swatches habe ich auch die hier benutzt. Ich glaube nicht, dass ich mir noch mal so ein Kanister zulegen werde, denn die Tücher sind echt nicht so toll. Also vielleicht, um mal irgendwie einem Kind das Gesicht abzuwischen. Ich weiß es nicht, wofür man die sonst benutzen soll, aber war nicht... Also wenn man sowas dann... Also die im Vergleich sind einfach viel, viel besser. Die sind natürlich pro Stück ein bisschen teurer, aber die machen den Job einfach viel besser. Die nehmen viel mehr Produkt auf. Das ist schon... Ja, weiß ich nicht. Dann ein fast volles Sundance transparentes Sonnenspray. Ihr seht, da ist nicht viel raus. Das ist aber vom letzten Jahr. Und nach einem Jahr, sagt man so als Faustregel, halbiert sich der Sonnenschutz. Und ich brauche mindestens 50, sonst kann ich auf diesem Planeten nicht wandeln in der Sommerzeit. Und deswegen muss das leider weg, aber das kenne ich halt schon. Ich muss halt jedes Jahr einen so einen Kanister nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht und es ist staubig und klebt und oh Gott. Einmal das Kokospflegeöl... Nein, Alverde. Aromapflegeöl Kokos. Habe ich... Meistens vor dem Schlafen gehen benutzt, weil es da ja egal ist, wie doll man klebt. Es ist jetzt auch nicht so super schnell eingezogen. Ich fand es für die Schienbeine ganz gut. Ich habe unfassbar trockene Schienbeine. Aber ich habe halt auch ewig gebraucht, um das wegzukriegen. Also um es aufzubrauchen. Und ich glaube, das letzte bisschen, was da noch drin ist, also vielleicht so drei, vier Anwendungen, das rucht dann auch schon nicht mehr so gut. Wie lange war es denn haltbar? Achso, es wäre jetzt noch bis September haltbar gewesen. Aber wie gesagt, ich fand es war schon nicht mehr so wie am Anfang. Die kippen halt anscheinend schnell um. Dann haben wir hier einen Augen-Make-up-Entferner mit ein paar Katzenhaaren drauf. Von Diadermin. Der ist, glaube ich, mal bei Rossmann aus dem Sortiment gegangen. Und da habe ich ihn dann gekauft. Der ist absolut vergleichbar mit dem von Rival de Loup. Also mit dem Öl-Freien von Rival de Loup. Ist genauso gut. Roch ein bisschen besser, fand ich. Ich mag den Geruch von den Diadermin-Sachen total gerne. Ja, aber wie gesagt, gibt es ja wahrscheinlich jetzt so nicht mehr. Und wenn der von Rival de Loup genauso gut ist und weniger kostet. Naja, ihr kennt den Deal. Dann einmal die übliche Reinigungsmilch. Werde ich erstmal mit nachkaufen, denn ich finde die von Lidl tatsächlich besser. Die riecht ein bisschen besser. Ich mag den Pumpspender total gerne. Liegt preislich, glaube ich, ein ganz bisschen darüber. Aber ich weiß nicht, die 20 Cent oder so, die sind es mir dann halt auch wert. Also ich werde... Also die ist okay. Die hat sich auch nicht verändert oder so. Aber ich finde die von Lidl tatsächlich besser mittlerweile. Dann aussortiert. Darf Limited Edition Blütenzauber. Ist noch unglaublich viel drin, kommt aber jetzt weg. Das roch so. Ganz okay. Aber wenn man die benutzt hat, dann hat man wirklich nach einem billigen Waschmittel gerochen. Also nicht nach lecker, frischer Wäsche, so wie ich das mit meinem Lieblingswaschmittel habe, sondern das würde ich wahrscheinlich sogar als Bodylotion benutzen, wenn es das gäbe, als Duftrichtung. Das hier war einfach... Weiß ich nicht. Das war ein bisschen Waschküche irgendwie. Also das... Und ich habe es versucht mit anderen Lotions zu mixen. Und dann sind die davon aber jetzt auch nicht eben besser geworden. Und das war Quatsch. Das hat einfach nur im Laden gut gerochen. Dann... Oh ja, du siehst ja auch schon lecker aus. Ich halte es mal ein bisschen weiter weg. Das ist das Gesichtswaschgel von Cien, also von Lidl. Ich finde es genauso gut wie das von Rossmann. Also das Standardding, was irgendwie einen Euro kostet. Also wer keinen Rossmann in der Nähe hat und von dem Revalde Loop Waschgel gehört hat und das gerne ausprobieren möchte, das kann man auch nehmen. Das finde ich von der Reinigungswirkung genauso gut. Und der Geruch ist ähnlich frisch neutral. Also kann man... Ich habe jetzt wieder das von Rivalde Loop, weil das auch so ein Angebot war oder so. Ja. Also das ist aber völlig okay. Dann habe ich mir gedacht... Ich weiß nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt habe. Das ist die Zahnpasta, die ich normalerweise immer nehme. Ähm... Stiftung warntest gut. Fand ich prima. Mein Problem ist, meine Zähne werden immer schlimmer und immer empfindlicher. Und da muss auch irgendwie mal jemand bei, glaube ich. Ich kriege es einfach nicht hin, teure Zahnpflegeprodukte zu kaufen. Das ist so... Ich weiß nicht. Also wenn, dann sollte man ja dafür Geld ausgeben. Aber irgendwie... Ja. Also die nächste Zahnpasta, die habe ich jetzt gerade nachgekauft, ich schlaues Kind. Aber jetzt sind sie halt gerade schlimmer im Moment. Ja. Also ich werde dann, denke ich mal, auf teurere umsteigen, wenn ihr mögt. Und wenn ihr das Problem auch habt, könnt ihr mir gerne ein paar Empfehlungen reinschreiben. Dann gucke ich rein, wer die meisten Treffer hat sozusagen. Und dann richte ich mich vielleicht ein bisschen danach. Aber ansonsten finde ich die sehr gut. Und ich merke auch, wenn ich eine andere nehme. Also die hier macht auf jeden Fall auch was. Dann... Ach ja, genau. Da ist nicht mehr so viel drin. Das war auch... Das war eine von Aldi. Von Aldi Nord. Für letztes Jahr. Die fand ich ziemlich gut. Mal gucken, ob sie die dieses Jahr wieder rausbringt. Die hatte halt so einen Pumpspender. Und die fand ich tatsächlich auch gut fürs Gesicht. Und Dekolleté und so. War ein ganz klein bisschen reichhaltiger. Aber trotzdem nicht so super klebrig. Also vielleicht bringt Aldi Nord die ja nochmal raus. Aber ich fand die gut. Weiß ich nicht, ob ich sie nachkaufe. Weil ich nicht weiß, ob es sie wieder geben wird. Dann... Völlig... Es ist nicht mal aufgebraucht. Aber es funktioniert nicht mehr. Das ist der Garnier Haarlack. Der stand bestimmt 3-4 Jahre bei mir rum. Mindestens. Gar nicht so toll das Zeug gewesen. Also ich hab dann ja andere Haarsprächs gekauft. Und das Ding rumliegen lassen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Denn leeren kann ich es nicht. Weil... Das hier halt... Funktioniert nicht mehr. Naja, mal gucken. Also das... Den gibt's auch so gar nicht mehr. Würde ich nicht nachkaufen. Hat keinen Sinn. Ich mag die Balea Haarsprays wirklich gern. Dann haben Svenny und ich die Seife. Die Handseife hier aufgebraucht. Finde ich total gut. Ich werde auf jeden Fall noch mal gucken, dass ich davon ein, zwei Reserven kaufen werde. Solange es die noch gibt. Denn der Geruch nach grünem Tee ist echt schön. Also die Sachen mit grünem Tee mag ich ja sowieso immer sehr gerne. Und gerade bei so Handseife so ein bisschen frischere Sachen finde ich echt gut. Dann haben wir hier ein Hyaluron-Gel. Das gab es auch mal bei Aldi Nord. Das habe ich jetzt auch endlich mal aufgebraucht. Also den ganz kleinen Rest da mit der Pipette. Das kriege ich nicht mehr raus. Das war wirklich gut. Aber war halt auch eine Sonderaktion. Also werde ich nicht nachkaufen können. Fand ich aber ziemlich gut. Hat glaube ich ursprünglich so 8, 9 Euro gekostet. Und bin da ewig mit hingekommen. Also das ist halt auch zwischendurch mal genommen. Dann war es eine ganze Zeit halt in meiner Reisekosmetiktasche. Ist dann halt nur ab und zu mal am Wochenende zum Einsatz gekommen. Aber das hat echt, also das hat gerockt. Ich fand das ganz gut. Das ist das Balea Haarspray, was mir leer gegangen ist. Wovon ich die große Größe gekauft habe. Was ihr in dem vorherigen Video gesehen habt. Das war ziemlich ergiebig für so eine kleine Flasche. Und ja, also für die Reisetasche würde ich das hier auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Totes Meer Maske von Salt House. Fand ich gut. Könnte ich nachkaufen, aber es gibt im Moment so viel Auswahl an Masken. Ich habe auch im Moment relativ viele. Mal gucken wann. Aber kann man, kann man kaufen. Oh, dann habe ich hier eine Empfehlung von Yumi. Das sind die Rossmann Traumtaschen mit Lachsfüllung ohne Zuckerzusatz. Und die fand sie besser als die Knuspertaschen von Whiskers. Die mag sie auch immer noch, aber die hier fand sie besser. Das freut meinen Geldbeutel natürlich auch. So. Bleiben wir mal bei Masken. Oh ja. Ich habe wirklich Probleme mit Unreinheiten im Moment. Also jetzt gerade wird es wieder ein bisschen besser. Es war nicht zyklusbedingt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war es der Stress. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich Reinigungsmasken unglaublich oft und unglaublich viel benutzt. Ein- bis zweimal wöchentlich anwenden kann sein, dass ich es auch ein-, zweimal öfter gemacht habe. Aber ich habe ausgesehen zwischendurch. Also ich meine, man sieht das ja vielleicht immer noch so ein bisschen. Also ich habe jetzt auch keine Foundation drauf. Aber ich habe echt schon besser ausgesehen. Also so hautbildtechnisch. Und so wie das die letzten zwei, drei Wochen war, also so bin ich lange nicht rumgerannt. Also mit 15 vielleicht das letzte Mal. Aber das war echt, also naja und deswegen halt großer Maskenverbrauch. Ah, hier haben wir gleich die nächste. Das war auch so eine klärende. Habe ich echt ganz, ganz viel genommen. Warte mal. Oh ja. Die liebe ich ja sowieso. Ist, äh, muss ich auch immer zuhause haben. Mag ich echt gern. Die ist, ich habe das Gefühl, dass die ein ganz, ganz klein tic milder ist als die hier. Deswegen, also wenn ich das Gefühl habe, also ich wechsle die immer so ein bisschen ab. Ja. In beiden ist Tonerde drin. Tonerde finde ich gut. Dann haben wir hier, oh, vielleicht finde ich davon noch den zweiten Teil. Das wäre gut. Dann wüsste man, wüsste man wie sie komplett aussieht. Ne, sieht man nicht. Ähm, das ist von, das müsste jetzt schäbend sein, die Spar Deluxe Maske mit Gold. Oh, ich habe sie euch in einem anderen Video gezeigt. Da habe ich gezeigt, dass ich sie gekauft habe. Äh, auch Goldschimmer und Hyaluron. Man sieht einfach frischer aus, wenn man die benutzt hat. Also wenn man irgendwie morgens aufsteht und sich denkt, oh Gott, muss das jetzt sein? Ein Tag? Muss ein Tag jetzt sein? Dann kann man die benutzen und dann, ähm, also ich habe mich dann auf jeden Fall ein bisschen frischer und ein bisschen wacher gefühlt. Ah, und noch eine Sonnencreme von letztem Jahr. Das war so die, die ich, äh, auf den Festivals und auf den Veranstaltungen, wenn ich draußen unterwegs war, das war die, die ich immer dabei hatte. Einfach um, um regelmäßig nachzulegen. Denn, wenn man sich einmal eingecremt hat, muss man sich ja zwischendurch immer nochmal nachcremen, einfach um den Schutz aufrecht zu erhalten. Und was wichtig ist zu wissen, ist, dass sich der Schutz dadurch nicht verlängert. Meine Haut hat einen Eigenschutz vor der Sonne von drei Minuten. Das heißt, wenn man es mit 50 erhöht, kommen noch 150 Minuten bei raus. Und diese 150 Minuten verlängern sich nicht durch Nachtragen der Creme. Das sollte man im Kopf haben, denn den Fehler habe ich früher halt auch gemacht. Und, naja, was dabei rausgekommen ist, kann man sich ja vorstellen. Aber toll, toll, toll. Bis jetzt bin ich ohne größere Brände in letzter Zeit ausgekommen. Also die letzten drei, vier Jahre. Ja, fand ich ganz okay. Ich fand die Größe auch gut. Kann gut sein, dass ich mir die für den Sommer für die Taschen halt wiederhole. Nagellackentferner. Ich habe wieder mehr lackiert in letzter Zeit. Sehr regelmäßig. Ich habe da viel Spaß dran gehabt. Jetzt sind mir erst der, der hier ist mir verreckt und kann man das sehen? Der ist da an der Seite so. Ja, toller Zeitpunkt. Naja, auf jeden Fall sind mir die Nägel auch ein bisschen verreckt. Aber, was natürlich auch ein Zeichen dafür ist, Haut, Nägel. Gut, ich sollte vielleicht ein paar mehr Müllchen essen. Ja, aber den kaufe ich immer nach. Also den habe ich auch schon nachgekauft. So. Oh Gott. Ist ja Wahnsinn. Die habe ich einmal aufgebraucht. Die gibt es auch schon nicht mehr. Ich mag die. Also ich mochte die. Und, und, und. Also es gab ja erst die 20s und die hier. Und die beiden habe ich benutzt oder benutze ich auch noch für, also als Handcreme tatsächlich. Und als Handcreme finde ich die total gut, weil die relativ, nicht super schnell wegziehen, aber sie ziehen weg. Und ich habe das Gefühl, dass das meiner Nagelhaut auch ganz gut tut, die trotzdem relativ trocken ist. Aber wenn ich das nicht benutze, dann sieht das noch schlimmer aus. Also dann habe ich hier richtig mit, mit Furchen zu tun und einreißen und so. Und dafür ist die echt prima. Also als Handcreme finde ich die echt gut. Und auch mal für die Füße oder so. Ja. So, wir sind bald durch mit Pflege und dann kommt hier echt nur so aussortierter Kram. Dann habe ich auch, wie man sieht, im Sonderangebot bei Aldi Nord mal geschossen. Das war so eine Ampullenkur. Und eine Ampulle hat mir für, ich glaube, drei Anwendungen gereicht. Das heißt, ich habe das in mehreren Etappen benutzt. Also damit bin ich insgesamt wahrscheinlich drei Wochen ausgekommen. Und die habe ich halt gesplittet. Deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis ich das aufgebraucht habe. Aber wenn es sowas bei Aldi Nord gibt, das kann man immer mal mitnehmen. Und die sind... Also die Qualität war bisher nie schlecht und ich habe alles vertragen. Und gerade wenn das dann im Sonderangebot ist, warum nicht, ne? Also... Meine Haut war wirklich... Also die sah einfach gut versorgt aus. Also perfekt gibt es nicht, aber die sah einfach ziemlich optimal versorgt aus. Also insofern, das kann man schon mal machen. Dann... Oh ja. Eine Seife hatte ich mal gekauft bei L'Occitane, weil die so gut gerochen hat. Und die Reste davon habe ich jetzt im Bad liegen. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch das trotzdem mal. Dann... Genau, die hatte ich in einem Euro-Laden geschossen. Die riecht unglaublich gut. Aber ich habe sie halt nur gekauft, weil sie nur einen Euro gekostet hat. Und nachkaufen kann ich sie nicht, weil das ja immer nur so Sonderposten sind. Ah ja. Auch ein Standard-Bursche ist eine Alverde Körperbutter. Die ist ja tatsächlich im Standardsortiment. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass sie die Vintage Rose Variante wieder rausgenommen haben. Und ich habe die gerade angefangen zu benutzen und bin total begeistert von dem Geruch. Äh... Ja. Und jetzt ist sie schon wieder weg. Und ich... Bevor ich sie austesten und eine Reserve kaufen konnte, jetzt ist sie schon wieder weg. Äh... Didim... Naja, aber ich kann die ja nachkaufen. Und die ist vom Geruch her relativ neutral. Und davon habe ich schon diverse Pötte aufgebraucht. Also die kommt auf jeden Fall wieder. Ach ja. Hier haben wir das 20's Döschen. Ich glaube, dass... Ich glaube, die beiden bewahre ich auch auf. Da kann man... Da kann man anderen Leuten immer noch mal was abfüllen oder so. Ich glaube, die lege ich mir mal hier hin. Ja, an dem habe ich auch ewig rum... rumauf verbraucht. Den gibt es, glaube ich, auch schon gar nicht mehr. In der Performance ähnlich wie der von Rival de Loup. Dann... Oh ja, die habe ich geliebt. Die habe ich von... von Astrid bekommen. Dieser Geruch. Total lecker. Von The Body Shop. Die Vanillekörperbutter. Yumi! Yumi liegt in meinem Zimmer. Und ist eingeschlafen. Und jetzt sieht sie mich nicht. Und dann weint sie immer ganz doll. Und sie macht das so lange, bis sie mich wieder sieht. Yumi! Ich bin in der Küche! Ja, ich bin in der Küche! Komm her! Ja! 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 Komm her! Ja! Da bist du ja! Das wäre ein Video ohne Yumi-Unterbrechung. Komm her! Ja! Komm her, Schatz! Ja! Oh Gott, na komm mal hier! Das geht jetzt auch nur, weil sie total verpennt ist. Hm? Du kleiner, nasser Felsack! Hm? Meine Felsonne! Hm? Kannst du mal Hallo sagen? Nee, nicht am Ingwer-Tee riechen, den magst du nicht, das weiß ich. Hm? So. Ja, danke fürs T-Shirt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber jetzt sehe ich aus wie die Katze. Gut, machen wir weiter im Text. Die Handcreme hatte ich auch von Astrid. Stand auf meinem Schreibtisch, habe ich aufgebraucht, fand ich gut. Der Zitronengeruch kann einem nach einer Zeit auf den Sack gehen. Also wenn man da gerade mal nicht so Bock drauf hat. Hm? Aber war wirklich... Also von der Pflegewirkung her war die echt gut. War die in der Box, Mausi? Weiß ich nicht, aber war echt eine gute Handcreme. So. Fand ich... Scheiße. Fand ich wirklich schlecht. Hatte ich mir ja irgendwann mal mit einem Gutschein geholt, wie man sieht. Ich habe davon... Also die Pflegewirkung war nicht nur null. Sondern ich habe das Gefühl, das hat den Zustand meiner Lippen verschlechtert. Tschüss. Alles, was einem nicht gut tut... Ja, der ist abgelaufen. Also der ist... Von letztem Jahr... Muss ich halt auch nachkaufen. So. Dann... Habe ich aussortiert. Ich habe ja meine Lidschattenkiste aufgeräumt. Das hat man bei Instagram auch gesehen. Ähm... Von der Urban Messengers. Falls sich einer an die eh noch erinnert. Diese Lidschattenkreide, die ist... Die ist total verhärtet und... Funktioniert nicht mehr. Dann habe ich hier eine Palette von Wet n Wild. Ich habe keine Ahnung, wo ich die mal geschossen habe. Das muss irgendwie... Also die ist... Die ist ganz fancy. Die ist mit so einem Schiebeding. Aber... Diese Lidschatten... Bis auf den hellgoldenen... Und den bräunlichen. Also die Farbabgabe war jetzt eher so lala. Also der bräunliche sieht jetzt ganz gut aus. Aber wenn man versucht, den aufzutragen, funktioniert das nicht wirklich. Es ist einfach scheiße. Und es kommt jetzt weg. Wie alt das Ding ist, sieht man, glaube ich. Und... Ich habe schönere Glitzerfarben und... Das kommt weg. Wie alt das Ding ist... Kann man sich, glaube ich, auch ungefähr vorstellen. Also bestimmt 15 Jahre. Mindestens. Und ich habe es immer aus sentimentalen Gründen aufgehoben. Weil das eines meiner ersten... Bisschen eher... Fancy... Make-up und... Ja... Produkten war. Aber... Es hat ja keinen Sinn. Es liegt ja nur rum und staubt ein und... Ja... Dann habe ich bei den Lidschatten aussortiert. Mit... Von H&M. Ein Lidschattenquattro. Flirty Purple von... Mit... Oh, ja. Großartig. Der Deckel ist kaputt. Die Farbabgabe war sowas von... Sowas von erbärmlich. Also... Das sieht jetzt... Ja... Sie ließen sich halt auch schlecht verarbeiten. Und... Raus damit. Raus damit. Genauso wie der hier. Da ist die Farbabgabe ganz gut. Es war so ein super krasses Pink. Brauchte ich damals ganz dringend. Es war ganz wichtig in der damaligen Phase. Ich meine, da war ich... 24 oder so. Also so alt ist der halt auch schon. Macht ja nichts bei Lidschatten, wenn sie nicht schlecht werden. Und das Problem an dem war, der hat dir so das Lid verfärbt. Und ich hab dann später gedacht so, naja, jetzt... Bist du ja ein bisschen mehr sophisticated. Und machst mal eine vernünftige Base drunter. Und vielleicht noch einen... Weißen Stift oder so. Und es hat durch alles durchgefärbt. Und dann noch das Lid verfärbt. Und... Da hab ich einfach bessere Sachen mitgebrachte. Dann ein Lippenstift von L'Oreal, der seinen... Deckel verloren hat. Und diesen Lippenstift hab ich mir original... Also allein die Farbe. Dass es sowas mal bei L'Oreal gab. Witzig ist, dass er immer noch nicht schlecht ist. Es ist ein Grüngold. Als Lippenstift. Und der riecht... Der riecht wirklich noch gut. Der riecht wirklich noch nach diesen L'Oreal-Lippenstiften. Lustig. Naja, auf jeden Fall... Den hab ich mir mit 15 gekauft. Und ich hab jetzt gedacht, so mit Sentimental ist jetzt gerade mal... Gerade mal gut. Und sein Deckel ist weg. Ich äh... Raus. Dann ist mir von Essence ein... Ja, man sieht es schon. Äh... Den Gel-Eyliner. Der ist hin. Darf er jetzt auch mittlerweile... Midnight in Paris war das. Aber das Tüpfchen behalte ich. Fällt mir gerade mal so auf. Dann werfe ich jetzt endlich mal diese Lidschattenpalette von Klairs weg. Man sieht, wie ich da drin rumgekratzt habe, weil die so schlecht sind. So unfassbar schlecht. Die haben das nicht mal ansatzweise verdient, neben den Schätzchen zu liegen, die ich da jetzt habe. Also sei es die ein, zwei Goldstücke von Sleek, die ich da jetzt habe. Oder was man ja gerade gesehen hat, die Make-Up Revolution Palette. Oder die Naked. Oder ähm... Oder auch ganz viele von Essence. Also das ist lächerlich. Also das kostet dreimal so viel wie Essence und es ist nicht mal ein Viertel so gut. Bloß nicht. Dann aus einer Essence LE. Aus der Wum Wum. Wer kann sich erinnern? Wer war schon dabei? Das sind Cream Eyeliner. Und die sind durch. Die sind... Passiert nichts. Die sind... Die sind trocken. Die Verpackung finde ich jetzt auch nicht optimal. So... Eine meiner letzten Spider-Lash-Mascaras von Floma. Ich habe ja keinen Floma in der Nähe. Aber ich habe einen Agenten. Also Floma Mascara. Da werde ich schon noch wieder rankommen. Werde ich dann auch wahrscheinlich wieder mir besorgen. Ich mag die echt gern. Komme ich gut mit. Die habe ich glaube ich mal geschenkt gekriegt. Ich weiß nicht woher die kommt. Und die ist... Wie man sieht... Naja. Ist auch nicht... Nicht gut genug um da zu bleiben auf jeden Fall. Dann... Aus der Hollywood Fabulous Forties. Ich weiß nicht ob irgendjemand außer mir dieses Augenbrauengel gekauft hat. Voll gutes Zeug. Habe ich ewig, ewig, ewig behalten. Und immer noch mal einen Rest rausgekratzt. Aber ist jetzt auch durch. Ich meine, wie lange ist die her? Zwei Jahre? Mindestens. Dann von Manhattan. White Beauty Princess Mascara. Ja. White Beauty Princess Glitter. Ist so eine Doppelmascara gewesen. Also ich meine, das Ding ist natürlich super schnell verreckt. Aber diesen Top-Up wollte ich halt so lange wie möglich behalten. Und dann habe ich in meiner Kiste rumgefühlt und habe überlegt, wo ich den gekauft habe. Und dann ist mir eingefallen, das Ding habe ich in Lüneburg gekauft. Und in Lüneburg habe ich vor fast 10 Jahren gewohnt. Tschüss. Kurz. Genau. Wenig Entsorge ist ihn hier. Den habe ich relativ neu gekauft. Ist ja auch gerade erst ins Sortiment gekommen. Ich vertrag die nicht. Und das ist mir mit Drogeriemascara noch nie passiert. Generell mit Mascara noch nicht. Ich weiß nicht. Also mit der orangenen Version, mit der Ursprungsversion komme ich total gut klar. Aber hiervon haben mir die, also besonders das Auge, vielleicht war es auch, hatte es 3-4 Tage schlecht. Also war es, nein Moment nochmal von vorne. Vielleicht hatte es 3-4 schlechte Tage hintereinander. Aber ich habe aufgehört die zu benutzen und es hat aufgehört zu trennen. Keine Ahnung, was damit nicht stimmt. Keine Ahnung, was da jetzt für Partikel drin sind oder so. Die Ursprungsversion vertrage ich wirklich gut. Aber die hier halt überhaupt nicht. Und das tue ich mir nicht an. Und das tue ich dann auch Svenny nicht an. Also Svenny hat eher ihre eigenen Mascaras und sucht sich da halt auch selber welche aus. Wenn sie denn mal welche benutzt, so oft trägt sie ja kein Make-up. Aber, also das Ding war, das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Dass ich also wirklich da saß und dachte, alter, was schmiert das denn so? Dann aus einer vergangenen Alverde LE. Und die hatte Morty mir gekauft. Morty und ich sind seit, also im Herbst sind wir 2 Jahre getrennt. Also insofern raus mit den Dingern. Die sind auf jeden Fall schon schlecht. Ja, Alverde schreibt, ne, die LE drauf. Keine Ahnung, war das die Black and White? Oder, ne, hieß die Black? Keine Ahnung, Red and Black. Doppelmascara. Hier, topper. Weg damit. Dann habe ich hier einen gebrochenen Mega Eyes Red and White Lidschatten. Das mit dem gebrochen wäre mir ja an sich egal, aber der ist schlecht. Also der ist ungekippt. Der riecht nach verdorbener Kosmetik. Das geht dann auch nicht. Dann habe ich hier aus der Essence Sumkist einen Creme Lidschatten. Und warum der? Ja. Der ist mal hin, ne? Also ich meine, man könnte vielleicht noch versuchen irgendwie. Aber ne. Ich werde das Töpfchen behalten. Damit ich anderen Leuten Dinge abfüllen kann. Oder mir abfüllen lassen kann. Dann auch ein Lidschatten von H&M. Der heißt Party Silver. Seriously? Das ist ein Pink. Das ist so Pink. Und es glitzert derartig, dass immer alle gesagt haben, ich hätte meinen Transvestiten-Lidschatten drauf. Damals. Mittlerweile wird das kein Mensch mehr sagen. Der hat auch verfärbt. Aber ich überlege gerade, wenn man das Siphon abkriegt. Und selbst wenn nicht. Ich glaube, ich versuche immer das Töpfchen zu behalten. Man kann nie zu viel von diesen Töpfchen haben. Denn zum Beispiel, wenn man einen Creme Lidschatten für jemanden abfüllen will. Also wenn man echt noch einen vollen großen neuen Paint Pot hat, was ja nun alle zehn Jahre mal vorkommt. Aber da habe ich tatsächlich Angst, dass ich die nicht aufgebraucht kriege. Und habe halt auch von meinem Stormy Pink schon was abgefüllt und so. Und da braucht man einfach so ganz kleine Gefäße für. Denn gerade die Abfüllungen sind ja relativ empfindlich. Dann habe ich vor Jahren den hier mal in einem Tauschpaket gehabt. Und die Farbe passt nicht. Der Drehmechan... Ach! Ich wollte euch gerade erzählen, dass der Dreh... Ja. Jetzt geht er wieder rein. Also der Drehmechanismus ist halt auch im Arsch. Und im Argen, Entschuldigung. Und... Ja. War mir auch immer zu dunkel. Also ich konnte ihn halt auch nicht zum Konturieren nehmen oder so. Das sah einfach nur gelb aus und das ging nicht gut. Dann eingetrocknet ist mir... Ähm... Wie hieß er denn? Blue Barrymore. Von Catrice. Den gibt es auch schon nicht mehr. Und der ist halt... Ja. Also... Der ist halt hinten. Diese Palette habe ich... Man sieht gar nicht mehr, was das mal war. Wie man sieht, habe ich den gerne benutzt. Makeupbox. Ich kann es jetzt auch nur noch gegen das Licht lesen. Die habe ich bei Taco mal gekauft. Da habe ich noch in Niedersachsen gewohnt. Und war vielleicht gerade kurz über 20. Ich... Tschüss. Den habe ich gefunden. Wer kennt die Marke noch? Und der gammelt. Dann... Da werde ich auch das Töpfchen wieder behalten. Hatte ich hier Lidschatten reingepresst. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Scheiß Zeug. Hat nicht funktioniert. Ist ein schlechter Lidschatten. Weg damit. Dann hatte ich aus irgendeiner Tauschbox auch mal... Das hier. Anti-Rötung. Ich bin zu hell, um grüne Bases zu benutzen. Man sieht dann, dass ich grün im Gesicht bin. Das sieht nicht so schön aus. Dann ein Catrice Augenbrauenstift, den ich ziemlich leer gerockt habe. Mittlerweile ist es mir zu... Also fast schon zu rot und zu dunkel. Ich habe noch einen davon. Das heißt, falls ich mir die Haare mal wieder mit Henna ein bisschen dunkler mache oder ein bisschen rötlicher mache, mache ich das... Dann nehme ich den auch mal her und mische den dann so ein bisschen mit den anderen Produkten. Aber der ist jetzt... Den habe ich jetzt auch schon so lange rumliegen. Und... Also dieser gammelnde For You Kaya, der hat mir also echt... Der... Naja... Dann... Noch ein H&M Lidschatten. Was schmeiße ich denn hier alles von H&M raus? Ist ja Wahnsinn. Könnt ihr das hören? Ja. Ist halt rausgebrochen. Das an sich wäre nicht so schlimm. Er gibt aber auch einfach überhaupt keine Farbe ab und... Ja. Fändchen behalten. Ach komm, weg. Ich denke dann immer so... Was könnt ihr vielleicht noch im Nutzen haben? Svenni würde mich verprügeln. Und dann... Da werde ich auch das Töpfchen behalten. Die ist ja nicht da. Die hört das ja nicht. Aus der Vintage District. Der Gel Eyeliner in 02 Get Arty. Das war dieses Grau. Das hat mich total angesprochen. Der ist so schlecht. Der... Der funktioniert nicht mal als Lidschatten Base. Also... Farbabgabe ist so... Ungefähr so. Aber der setzt sich überhaupt nicht hin. Der bleibt so... So leicht... Fettig... Cremig irgendwie. Und der kann überhaupt gar nichts. Und deswegen kommt er jetzt auch einfach weg. Denn in das Töpfchen kann ich definitiv nützlichere Dinge reinfüllen. So, wir sind hier ganz schön durchgerannt. Und... Mein Tischchen ist leer. Ja... Dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Außer... Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.